Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Totalschaden mit Eduard und Theo. Die erste Frage, äh direkt an Eduard. Warum lädt Eduard so wenig hoch? Haha. Haha. Gut, nächste Frage. Bist du mit... Ich bin dabei, mich zu finden. Seit... Ja, seit ich ein Creator bin, das gehört dazu. Wenn man den Anspruch an sich selbst hat, neue Sachen auszuprobieren... Keine Ahnung, ich bin depressiv, weiß ich nicht. Hey, würde ich nämlich auch mal ehrlich gesagt sagen. Wir suchen uns mal was zu trinken aus, ey. Was darf es denn heute sein bei dir? Nepo Babys. Ich nehme... Haha. Okay, ich nehme Wodka E, Edu, Nepo Babys. Fett oder irgendwas mit Vitaminen oder so. Ja, äh, Marco wollte so ein bisschen Limensaft. Was hat er... Das hier wollte... Ah ja. Er wollte eine Load von uns. Recover hat ihn nicht eher, glaube ich. Hast du dieses Pink Red Bull schon probiert? Das soll wohl sehr, sehr eklig sein. Hahaha. Ja, äh, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ähm, Eduard und ich machen heute eine kleine Quickie-Folge. Ähm, einfach aus, äh, unserer kleinen, äh, Bredouille, dass wir zu spät angefangen haben aufzunehmen, weil es wird dunkel. Ähm, genau. Es ist auch das Wetter, wo man eigentlich keine Sonnenbrille braucht. Heute sind 15 Grad. Ganz kurz, worum es heute gehen wird. Und zwar, wir machen heute einfach, wir reden ein bisschen über unsere Woche. Ich habe eine Menge erlebt. Mhm. Eduard war einmal bei Dussmann, das war seine Woche. Zweimal. Zweimal bei Dussmann, ey. Und, ähm, genau, was noch passiert, äh, außerdem werden wir ganz kurz, ähm, hat uns Phil so ein ganz kleines Skript geschrieben, ich weiß schon, dass wir das nicht machen werden, äh, ganz kurz über GNTM reden, denn die neue GNTM-Staffel hat angefangen. Und glaubt mir, Leute, mich könnte nix noch weniger interessieren. Ich wollte gerade sagen, Bro, wollen wir wirklich drüber reden? Bisschen. Nur weil Theresa da war. Nur weil Theresa da, ja. Genau, wir haben ein paar Clips, auf die können wir reagieren. Fangen wir mal an. Ach, wir haben Clips da. Ja, wie war denn deine Woche, Eduard? Schön. Ich habe mit meiner Freundin Haus des Geldes durchgesuchtet. Komplett. Und wir hatten zwei Tage, wo wir wirklich von morgens aufwachen bis spät abends dann nur im Bett gelegen haben. Okay. Und es war richtig nice. So was hatte ich, glaube ich, seit mal 15. Ja, richtig wie Sleepover mit einem Bro. War richtig nice. Und, wie gesagt, ich kann dir Haus des Geldes empfehlen. Da passieren zwar ein paar unlogische Sachen, das Ende, muss ich echt sagen, fand ich richtig, richtig enttäuschend. Cool. Ja. Andererseits von Game of Thrones, das Ende war auch enttäuschend. Das ist trotzdem die beste Serie der Welt. Ich habe das Gefühl, die haben es sich zu kompliziert gemacht, so wie bei Lost damals. Ja, ach. Sag mal, der ploppt so geil und dann machen die Zeitreisen rein oder was auch immer. Nein, nein, nein. Das weiß ich nicht mal. Aber die haben es so kompliziert gemacht und so verstrickt, wo alle hooked waren. Ganz Amerika und Mitteleuropa war drin. Ja. Alle wollten wissen, was als nächstes passieren. Dann haben die es zu kompliziert gemacht. Und weißt du, wie es geendet ist? Ein Typ, ich weiß nicht mehr wer, ist aufgewartet, alles geträumt nur. Nein. Ja. Einfach so ein Achtklässler. Ja. Achtklässler-Diktat. Es war konstant von 9 Komma noch was Bewertung oder ganz weit oben 8 Komma Bewertung, bis dann die letzte Folge kam, runtergedroppt auf 5 noch was. Also er hat alles geträumt, ist wirklich das allerpeinlichste Ende, was man also, falls ihr jetzt denkt, so yo, ich will Regisseur werden, ich drehe mal einen Kurzfilm. Er wacht auf am Ende, ist keine brillante Idee tatsächlich. Das hat quasi jeder Achtklässler dann schon mal gehabt, die Idee. Ja. 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 Und wenn ihr Filme dreht, lasst die Charaktere nicht immer aufwachen. In jedem Scheiß-Studenten-Film wachen die immer auf, als würde den Tag dann anfangen, wenn die aufwachen irgendwie. Oder weißt du was, welche Szene ich auch richtig nervig finde? Die, wo jemand sich was vorstellt, wie er zum Beispiel gerade übel seine Aggressionen laufen lässt und jemanden verprügelt oder sowas und dann, oh, war nur eine Vorstellung. Ja, ja. Alter. Ausgelutscht. Dann mittlerweile ans Deutsche Fernsehen einmal, dieses, was mal cool war, dass man so Textnachrichten einblendet. Ich finde es jetzt nicht mehr cool. Diese Textnachricht, diese WhatsApp-Animation, ich finde sie nicht mehr cool. Ja, ja. Zeigt einmal im Bildschirm. Das ist schon seit Jahren Thema, aber auch, es gab ja so Essays auch darüber auf YouTube, wie man das am besten darstellt. Ja. Und irgendjemand hatte mal ein Beispiel, also der Essay-Typ auf YouTube hatte ein Beispiel gebracht, wo es ganz gut gemacht wurde, aber ich kann mich leider nicht erinnern. Also ich finde auf jeden Fall diese Animation irgendwie ein bisschen keckig irgendwie. Ja. Naja. So. Ja, und ansonsten war ich halt bei Dussmann und hat mir ein paar Mangas gekauft. Krass. Und ein paar Bücher. Und wirst du davon... Gerade ist bei mir Bücher kaufen mehr Hobby als Bücher lesen. Ja, generell eigentlich, oder? Also ich kann stolz behaupten... Ich habe eine Zeit lang nur ausgeliehen und immer nur Bücher gelesen von der Bibliothek. Ich kann stolz behaupten, ich habe mindestens fünfmal so viele Bücher gekauft wie gelesen in meinem Leben. Krass. Naja, ich habe schon mehr gelesen. Kann nicht sein. Doch, weil ich erst vor kurzem angefangen habe. Aber du hast mehr Bücher gekauft als gelesen. Es geht ja gar nicht anders, die Statistik. Was? Warum? Wie denn? Bibliothek. Du hast dir Bücher ausgeliehen? Ja, natürlich. Was? Du, ich war Broker... Eduard Backer hier mit irgendwie der kleinen Bibliothekskarte oder was? Ja, klar. Also theoretisch kannst du es runterrechnen. Ich habe 17 Euro im Jahr für meinen Bibliotheksausweis bezahlt, aber... Du bist ein wunderlicher Charakter voller, voller... Warum überrascht dich das gerade so? Du wirkst einfach nicht wie ein Typ mit... Dass Leute so wenig Geld haben, dass sie in die Bibliothek gehen oder was? Nein, 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 nein. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. So meine ich das nämlich gar nicht. Das hast du jetzt mir schön im Mund umgedreht. Ich finde, du siehst nicht aus wie so ein Bücherwurm irgendwie, wie so jemand in der Bibliothek, so ein mysteriöser. Bro, du siehst mich jeden Morgen mit einer Brille. Aber damit siehst du aus wie Jeffrey Dahmer, nicht wie... Naja, ich bin ein kleiner Nerd, das mir letztens aufge... Ich bin ein kleiner Nerd, das mir letztens aufgefallen. Ich mag Animes. Ja, schon cringe, sowas zu sagen. Ja, ich bin ein kleiner Nerd. Ich gucke halt aber auch immer so Smash-Gameplay. Wenn zum Beispiel... Du bist tatsächlich also nur mal, um es ganz kurz... Also wenn, also dann eh, du bist auf jeden Fall ein kleiner Nerd. Auch Dylan meinte zu mir, er kennt niemand, der mehr verschiedene Medien konsumiert. in seinem Leben, als ich. Medien? Ja, ich kenne mich mit Anime aus, mit Büchern, mit Filmen, mit Serien, mit Musik. Und da auch ganz viele verschiedene Genres. Und dann hast du immer so Überschnitt, das ist doch auch toll. Wir beide können uns immer über Filme unterhalten. Ja, genau. Und Social Media. Und das ist das Problem, ich fühle mich mit nie, mit keinem Menschen auf der Welt jemals voll identifiziert. Ja, was müsste ich davon... Ach ja, Anime, aber das werde ich nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen und ich glaube... Warum? Aber es gibt so gute Anime. Ich weiß, ich weiß, aber ich glaube... Storytelling-technisch gibt es ein paar Anime. Ich weiß, ich gucke es mir nicht gerne an. Etwas, was du nie gesehen hast. Ich weiß, aber ich gucke es mir nicht gerne an, leider. Also zum Beispiel die Filme von... Ach man ey, ich vergesse jedes Mal seinen Namen. Die Filme? Die Filme von, also Shihiros Reise ins Zauberland. Miyazaki. Ja genau, also die Filme und Arbeiten, die der gemacht hat, die finde ich alle richtig toll. Ja also, dann gibt es genug andere Anime, die werden wirklich dir... Du wirst dich fühlen, als hättest du neuen Skill in deinem Leben freigeschaltet. So, oh mein Gott, ich kann meine Zeit noch mehr konsumieren, coole Sachen konsumieren. Okay, wir machen dir. Ich gucke eine Folge Anime die Woche, wenn du eine Stunde Battlefield mit mir spielst. Pro Woche? Ja. Okay. Okay, und ich mache die Vorschläge dann, was du gucken sollst. Okay, wollen wir wirklich machen? Ja, können wir machen. Fangen wir mal an. Okay. Was? Vorschläge oder jetzt oder was? Achso, nee. Oder Battlefield jetzt zocken. Wir brechen jetzt auf und zocken Battlefield. Das war's, Leute. Leute, viel Spaß. Wir machen tatsächlich jetzt einen Stream. Aber mein Internetempfang ist bei mir voll schlecht, Bro. Wann kriegen wir Glasfaser? Sollte an sich nicht so lange dauern, meinte Dylan noch. Ich bin heute Nacht um fünf nach Hause gekommen, um dann noch zwei Wochen. Das stimmt gar nicht. Um drei warst du zu Hause. Nein, halb vier war ich zu Hause. Nein, du hast um drei angerufen. So, dann guck ich jetzt ganz genau drauf. Ja, halb vier. Drei, dreißig vielleicht. Würde ich mich auch sagen. Ich habe dich um drei Uhr zweiunddreißig angerufen. Dann bin ich auch zu Hause. Ja, genau. Und dann, ja okay, dann habe ich komplett übertrieben mit fünf. So, das nehme ich dann wieder zurück. Aber ich bin tatsächlich wach geblieben wegen einem Kumpel bis so halb acht. Ich habe mich eingeschlafen. Und dann haben wir um acht Uhr Bauarbeit in unserem Haus angefangen. Ich habe heute zweieinhalb Stunden geschlafen. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich dachte, Gott sei Dank habe ich es nicht gemerkt. Ich dachte, die fangen um elf an. Es ist tatsächlich, ich glaube, die haben unter mir gearbeitet. Und zwar wieder unten. Weil ich habe mich ja dann bei Jonas Moll, sorry, Jonas, falls du das hörst. Achso. Ich habe in deinem Bett weiter geschlafen. Ja, ich glaube, der hat kein Problem damit. Ich habe auch meine Bettbäsche und so. Aber ich habe es nicht geschafft. Das tat mir ein bisschen leid. Ich habe um neun Uhr da so Radau gemacht, weil mir mein Ventilator umgekippt ist in Jonas Molls Zimmer. Hoffentlich ist er nicht aufgewacht. Hey, du ziehst es ja wirklich durch mit dem Ventilator, ne? Ja, ja. Auch wenn es kalt ist. Krass. White Noise. Krass. Was für eine Stromverschwendung. Deswegen haben wir so hohe Stromkosten wegen dir. Stopp, stopp. Du hast, glaube ich, noch nicht einmal deine Lampen ausgemacht, wenn du gehst. Doch, mittlerweile schon. Nee, ich weiß noch, von zwei Tagen oder so waren deine Lampen an und du warst nicht da. Nein. Doch. Das kann nicht sein. Ich mache gerade jetzt jeden Tag Fotos. Ja, mach Fotos. Okay, mache ich. Mittlerweile, weil Jonas gesagt hat, ich mache einfach deine Lampen immer an. Das fühle ich mich mehr, als wärst du. Nein, weil ich habe das dann gegoogelt. Wie ist denn da so der Stundenverbrauch von auch einer LED-Lampe dann? Und dann habe ich gemerkt, ah fuck, das ist gar nicht so günstig eigentlich, wie ich dachte. Ja, weiß ich nicht, kommt drauf an, was das für so eine Strom... Doch, sechs bis neun Kilowattstunden. Dachte ich Kilowatt, Watt? Äh, nee. Nein, Kilowatt. KWH, ne? Ja. Und das summiert sich dann schon, wenn ich das immer laufen lasse und dann vier Lampen in meinem Zimmer. Das Gute ist, dass mein Heizlüfter nur 3000 Kilowattstunden verbraucht. Nur? Ja, ein bisschen mehr. Das ist voll viel, Bro. Ja. Das ist richtig viel. Ja, ich weiß, der Heizlüfter 3000 Kilowatt, das mache ich auch nur, wenn mir richtig kalt ist. Du hast auch so eine Heizung bei dir rumstehen. Ja, die mache ich auch nur, wenn es wirklich kalt ist. Genau. Oder auch nur wegen meiner Freundin eigentlich. Dieser Ventilator, der hat, weiß ich nicht, 25 oder so. Wirklich? So wenig? Ja. Ah, okay. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Egal. Fang einfach an damit, deinen scheiß Klo-Deckel runterzumachen. Das mache ich viel mehr, seitdem du mich drauf hast. Wie kommt man nicht drauf, es einfach immer dann zu machen? Genau. Du weißt schon, also by the way, noch eine kleine Side-Info. Das ist ein richtig großer Faktor, weshalb man sich öfter infiziert. Mit so Erkältung, Grippe, was auch immer. Bro, du kannst doch nicht immer diese Absolution von mir erwarten. Ich versuche es doch für dich zu ändern. Was heißt für mich? Für, oh, ja, aber du hast es doch an mich reingetragen. Aber du musst doch begreifen, dass es dir selber schlecht damit geht. Ja, und du musst auch Sachen begreifen, dass du mehr als eine Mahlzeit essen solltest unter einem Tag zum Beispiel. Das ist nicht schlimm, solange alle meine Kalorien drin sind. Glaube ich nicht. Doch, da gibt es genug Studien. Studien, die ich schon mal gesehen habe auf TikTok. Ja, es gibt genug Leute, die das aber machen, die sind bester Gesundheit. Und es gibt genug Leute, die die Klobrille nicht runter machen und totally fine sind. Nein, das glaube ich nämlich nicht. Ich wette, The Rock Ray Johnson macht nicht die Klobrille runter. Ist dir mal was aufgefallen, dass du, bevor du bei uns eingezogen bist, darüber geredet hast, wie oft du erkältet bist? Und seitdem du bei uns wohnst, schon mal gemerkt, obwohl du sogar mit mehr Leuten in einer Wohnung bist? Oh, das hat damit zu tun, dass ich mich einfach sehr mental gesund fühle in eurer Nähe. Ich glaube nicht. Tinnitus-Geräusche, hast du auch gehört? Nee. Ach, scheiße, ich glaube, ich kriege einen. Ich bin sehr jung für den Scheiß. Doch, ich fühle mich richtig wohl in der Wohnung. Ich glaube, das hat auch viel mit Kranksein zu tun. Bestimmt auch wegen dem Klodeckel, weil du machst es ja jetzt schon aktiv seit drei Wochen. Ich? Wann hast du angefangen, den Klodeckel runterzumachen beim Spülen? Bro, vor, keine Ahnung, acht Jahren bei mir zu Hause? Ich mache auch immer den Klodeckel runter, aber nach dem Spülen meistens. Ja, das ist ja nicht gut. Genau, aber ich werde es jetzt, ich gebe mein Bestes, Eduard, ich verspreche dir das, ich kümmere mich da drum. Ja, du weißt schon, Scheiße hängt in der Luft und auf deinem Handtuch und auf deiner Zahnbürste, gut, du machst deine Zahnbürste weg. Ich glaube, das ist vielleicht eher ein Grund, warum ich nicht krank werde. Zahnbürste nicht im Bad aufbewahren. Ja, könnte man ruhig lassen, wenn alle Leute ihre Schloss Klodeckel. Ich frage auch nicht, sechs Leute und deren Freundinnen vielleicht. Ja, das ist das Problem. Und du bist Teil des Problems, verstehst du jetzt? Vertrauen. Nee. Vertrauen. Dass du damit rechnen musst, ist ja in die Uhr kackgemacht. Ja, Leute, dass ich, ja, sorry, ja, das ist jetzt unsere kleine Diskussion. Ja, scheiß drauf. Wann habt ihr das letzte Mal geweint, wurde ich gefragt. Weißt du? Bei dir bestimmt gestern oder so. Fick dich. Ja, gestern Abend hast du kurz gemeint. Hä, wirklich? Ja, ich fand das ganz schön aufregend irgendwie. Also ich war ja nicht dabei, aber du hast mir erzählt, gestern ist ein Kumpel einfach bei einem Event umgekloppt, mitten beim Quatschen. Einfach mitten im Gespräch, umgekloppt. Und nicht wegen, also kaum was getrunken oder so. Und das war auch ein offizielles Event, da passiert nichts mit Drogen oder sowas. Aber wahrscheinlich steckt da gesundheitlich was dahinter. Also ihm wurde jetzt gesagt, bei der Notaufnahme, dass er sich abchecken lässt und so. Ja, ich hatte jetzt auch heute mit ihm telefoniert, ich will unbedingt in diese, äh, es gibt so Kliniken in Deutschland, wo man sich so drei Tage hinfährt und da einmal so komplett durchchecken lässt. Das will ich jetzt mal machen mit ihm zusammen. Glaube ich ganz gut für den. Hatte ich dich ja auch schon mal gefragt, du wolltest es aber nicht, ne? Ja, irgendwie, ich habe Angst, Sachen herauszufinden. Genau, aber das ist ja eigentlich... Aber das ist ja auch dumm, ich weiß. Das ist richtig dumm, weil das ist ja richtig gut, wenn die Sachen herausfinden. Ja, ja, das stimmt schon. Leider. Genau, nee, der ist einfach mitten im Gespräch umgeklappt und das ist dann schon so, dann ist man plötzlich in so einer Notfallsituation, wo auch echt viel Leute, muss ich sagen, sehr komisch reagieren immer. Also es ist so... Ich glaube, alle sind aber auch überfordert. Alle sind super überfordert. Es ist schwer, Leuten vorzuwerfen, dass sie ja nichts gemacht haben. So, und da ganz kurz einmal, ne? Das, äh, da waren Securities und ich meine, das war ein sehr offizielles Event und ich finde, die haben komplett beschissen reagiert. Was haben die gemacht? Die haben so getan, als wäre mein Kumpel einfach super besoffen und haben die ganze Zeit ihn so angefasst und mich auch angefasst und war so, geht mal raus nach die frische Luft. Ich glaube, wir müssen mal rausgehen nach die frische Luft. Also sie wollten uns quasi rauswerfen und der lag da einfach auf dem Stuhl, so hat er drüber gehangen, hatte ein komplett bleiches Gesicht, konnte offensichtlich nicht rausgehen. So, und dann meinte ich auch so, nee, du kannst noch einen Notarzt rufen. Ähm, genau, und dann kam der Krankenwagen. Ja, bei solchen Sachen kann ich mir schon irgendwie gut vorstellen, dass, äh, bei so einem offiziellen Event in dieser Branche. Ja, die muss auch durch die Hintertür reinkommen und so, der Krankenwagen. Ja, genau, in dieser Branche dann auch noch vor allem, mit all diesen Leuten, mit diesen zum Teil wichtigen Leuten, die da sind, äh, so Security geht einfach davon aus, ja, der hat irgendwelche Drogen geballert wahrscheinlich. Voll krass. Ja, ein bisschen unangenehm. Ähm, dann alle mit ihren komischen Vorschlägen und hier noch Wasser trinken und hier stabile Seitenlage und hier noch irgendwie... Ja, alle versuchen halt irgendwie zu helfen. Voll, aber da sozusagen nicht zu verstehen, dass das vielleicht, also so, ja, ach, keine Ahnung. Ist konfiziert. Ist gut gelaufen, ähm, äh, also jetzt sozusagen ist, äh, ist ja am Ende jetzt nichts passiert und hoffentlich, äh, findet man raus, was da, was das Dach ist. Da hab ich gemerkt tatsächlich, dass, ähm, weil ich hatte versucht, einen Puls zu spüren bei ihm und hab keinen gefunden, ähm, hab dann echt überall, auch in meiner Hand kannst du ja nicht so gut wie am Hals irgendwie checken, aber hab keinen gefunden und dann hatte, äh, ein anderer Typ eine Smartwatch dabei, also eine Apple Watch und der hat dann, äh, mit der Apple Watch den Puls gemessen und dann auch einen gefunden. Schon ganz geil. Und deine Freundin zum Beispiel meinte ja auch, dass, äh, man, äh, mit so einer Smartwatch, ähm, einen EKG machen kann, ne? Ja. So ein Kurzzeit-Eck. Ja, du kannst auch Sauerstoffsättigungen und so damit messen. Krank! Die sind relativ, meinte meine Freundin, zuverlässig. Alter, voll krass. Also für erste Indizien und sowas ist schon ganz gut. Voll crazy. Griechenland hat die Ehe für alle eingeführt. Achso, ja, hab ich, äh, auch heute gesehen. Sehr gut. Ja. Bin ja nicht religiös. Naja, deswegen ist mir, warum sollten dann nicht, für mich ist es dann eher so ein Ding von staatlicher Ehe und dann denk ich mir, warum sollten nicht, also, äh, nicht-traditionelle Couples dann nicht die staatlichen Vorteile genießen? Voll. Mit Steuersenkung und so. Nein, das auf jeden Fall. Ich hab manchmal, ach, ich bin nicht zu tief genug drin, ich frag manchmal manchmal, warum man dann kirchlich heiraten will, wenn man eigentlich gegen ganz viele Werte davon eigentlich ist, möglicherweise. Ja, ich kann's irgendwie verstehen, dass man halt so Teil davon sein möchte und halt die Erlaubnis bekommen möchte, diese traditionelle Hochzeit dann mitmachen zu wollen. Das Bedürfnis kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil ich hab mir zum Beispiel auch immer gesagt, ich würde dann irgendwann mal, ähm, wieder zur Kirche eintreten, oder ist das wieder, ich war ja nie Teil davon, ähm, ich wurde ja nie getauft, ähm, aber dass ich dann einmal kurz eintrete, heirate und dann wieder rausgehe. Voll schlau, warum? Weil damit ich so traditionell in der Kirche auch heirate. Du kannst das so auch in der Kirche bestimmt, oder? Nee, in der Kirche glaub ich nicht. Können wir mieten eine? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich kannst du eh eben machen, was du willst. Du kannst komplett machen, was du willst, eigentlich. Ja, ja, eigentlich schon. Willst du mal heiraten? Klar, du nicht. Schwierig bei dir zu sagen, ob du das gerne machen würdest. Ich glaube, du bist so eine, du stellst es dir gerne vor, aber irgendwie sehe ich deine Personality überhaupt nicht darin. Ich hab das Gefühl, ich werde mich in den nächsten drei Jahren finden und dann starten die ganze Welt nochmal eine andere. Ich hab das Gefühl, du wirst so ein bisschen wie mein Dad. Nein, bitte nicht sowas sagen. Mein Dad ist voll cool, Bro. Du hast richtig viele schlechte Sachen schon gesagt. Nein, mein Dad hat nur ein paar Fragen für diese Sachen mit Beziehungen gemacht, aber ansonsten ist mein Dad richtig cool. Und der war vielleicht mal leicht kriminell in der Sowjetunion, aber wer war das in der Sowjetunion nicht? Nee, die ganze Sowjetunion eigentlich. Oben auf jeden Fall alle. Ja, ich glaube, du wirst bestimmt immer mal heiraten. Das wird dann nach drei, vier Jahren zu Ende gehen. Fuck off. Ich wette, du wirst so einer sein, der die Statistik für alle runterzieht. Weil man sagt ja immer, Scheidungsraten oder die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ehe hält, liegt bei 50 Prozent, weil Scheidungsraten sind bei 50 Prozent. Aber da muss man ja mit einberechnen, die ganzen Übeltäter, die mehrere Hochzeiten, also mehrere Ehen haben. Hallöchen. Die ziehen halt den Durchschnitt, da nehme ich einen runter. Für jeden Finger will ich einen Ring haben, Alter. Ja, so wirst du wirklich, glaube ich. Nein, so werde ich nicht. Doch. So bin ich gerade. Ja, das ist ja das Problem bei dir. Ja, und du wirst nie wieder Content machen, so wenn wir... Wahrscheinlich, ja. Nein, ist nicht so. Aber das ist ja das Problem bei dir. Man kann jeden Tag ein neuer Mensch sein. Du hast ja immer gute Intentionen, aber du hast dafür nicht die Disziplin, sozusagen dich an deine Prinzipien zu halten. Aber durchweg in meinem Leben leider. Ja, für immer Zeit, erwachsen zu werden, oder? Ich bin Sport nicht durchgezogen. Du auch nicht. Was denn? Du hast auch Sport nicht durchgezogen diese Woche. Ja, und? Ich bin von Natur aus ein sportlicher Mensch. Ich auch. Ich mache meine Einstellung, deswegen habe ich kein Problem damit. Es ist immer einfach nach Lust und Laune zu machen. Ich habe Sport durchgezogen übrigens, Marco. Ich habe gestern zu Hause einfach trainiert. Das kann man natürlich auch machen. Das ist eine Lüge. Ich habe gestern zu Hause trainiert. Ruf Theresa an. Ich bin ganz überzeugt. Theresa war morgen früh schon weg. Gestern? Gestern früh, meine ich. Nee, es ist gestern Nachmittag gefahren. Okay. Ah ja. Theresa, gut. Theresa ist bei GNTM gewesen. Also die ist da 17 Sekunden gesehen worden. Also die war da in dem offenen Casting-Trailer. Junge, irgendwie ist das Internet ausgerastet. Komplett. Ich habe ein Video gesehen mit 1,4 Millionen Views. So habe die Theresa auch bei GNTM gesehen. No way, 1,4 Millionen. Ja, aber es hatte 90.000 Likes zu dem Zeitpunkt. Also natürlich nicht viele Leute haben es dann gesehen. Aber trotzdem mehrere hunderttausende. Ich denke mir so, was hat denn Theresa bitte für eine Community? What the fuck? Heftig, ne? Ja. Und jetzt? Wer hat die da hingebracht zum GNTM-Casting? Du hast sie wirklich da hingefahren. Du supportest so eine Scheiße. Ja, ich dachte, das wäre irgendwie lustig, das einfach für ein bisschen Follower mitzunehmen. Weil was anderes ist ja nicht alles. Hat irgendwie geklappt tatsächlich. Wenn ihr wollt, dass, wenn ihr irgendeine Brand seid oder sowas und ihr wollt eine krasse Marketing-Kampagne, dann kommt zu Theo. Ich erkläre euch das. Ich mache da was. GNTM ist ja nicht Germany's Next Topmodel, sondern Germany's Next Influencer. Und da kann man schon ganz gut eigentlich hingehen für ein bisschen Follower mitnehmen. Ja. Und einen kleinen Knebel-Vertrag. Keine Ahnung. Aber, hä, wird man direkt, sobald man in die nächsten Runden kommt, muss man was unterschreiben? Nee, ich glaube, es sind die Gewinnerinnen und so. Das Problem ist, Leute, ich kenne mich unfassbar schlecht mit GNTM aus. Die letzte Staffel, die ich geguckt habe, war die mit Tamara. Ja, ich auch. Die mit Tamara habe ich noch irgendwie so geguckt. Das war irgendwie so Teil von, wie ich da noch zur Schule ging? Nee. Was? Nein. Da waren wir schon raus, ne? What the fuck? Da war ich Mitte 20, das heißt, du bist 23 oder so. Ja, ja, das war, glaube ich, während der Wayne-Health-Zeit war das. Ja, ja, genau. So, da habe ich das irgendwie noch verfolgt, da war das noch ein Ding und dann hat es sich so verlaufen und ich weiß gar nicht, ob das uninteressanter wurde oder, weiß ich nicht, ich das uninteressanter fand. Du? Ich fand es noch nie interessant. Warum hast du da geguckt? Ich habe das nur geguckt, weil meine Ex-Freundin das damals immer gucken wollte. Deswegen habe ich das mit dir geschaut. Findest du, dass GNTM ein grundsätzlich verwerfliches Konzept ist? Ich habe generell die Show selbst nicht, nicht unbedingt, weiß ich nicht. Die hatten ja auch erstmal ganz andere Vergangenheiten, aber ich finde irgendwie das Prinzip von Models sehen sowas richtig weird einfach. Also ich glaube, ich weiß, es gibt sehr viele Models, die bestreiten gerade ihren Lebensunterhalt damit und man kann auch gerne die Konversation über Influencer und sowas dann machen, aber wenn sowas durch KIs ersetzt wird, dass man einfach schöne Menschen dann einfach Computer generiert, ich glaube, allen wird es ein bisschen besser gehen, auch den Models selbst vor allem. Sie werden dann halt keine Models mehr. Sie werden dann halt keine Models mehr. Genau. Weil wir kennen ja ein paar Models persönlich. Denen geht es nicht besonders gut. Die sagen, das ist die abgefuckteste Branche, die die jemals erlebt haben. Genau, selbst wenn die schon andere kleine Jobs und sowas hatten. Ja. Das war so krass, mein großer Bruder, hast du ja Kunst kennengelernt, ne? Ah ja. Der hatte, der war, er ist immer noch sehr schön, aber der war mit so 16, 17, der ist ja auch 1,90 und es ist wirklich unfassbar gut aussehen mit so krassen Sommersprossen und so und der war dann auch in der Modelagentur, so 16, 17 oder so, ich glaube 16 sogar. Und dann hatte der ein Casting für, weiß ich nicht, Prada oder so in Paris und dann haben die den Flügel gebucht, Hotel gebucht, dahin geschickt und so weiter, hat das Casting nicht bekommen, musst du alles selber bezahlen. Ja, das ist ganz oft so. Das habe ich auch schon. Die Agentur dann irgendwie 80 Prozent in Paris. Und auch diese ganzen Model-WGs und sowas, wo die da alle wirklich am Existenzminimum, aber keiner checkt das, weil Models so typisch dann auf den Events, die Sachen, die man von denen sieht, sind so glamourös und sowas und die selber sind so schöne Menschen, im Durchschnitt zumindest halt sehr schöne Menschen. Und deswegen, also da kommt man gar nicht so auf die Idee, dass es denen eventuell dreckig geht, aber den meisten Models, 90, 80 Prozent oder sowas, die leben wirklich am Existenzminimum. Boah, bitte nicht nochmal, ey, Leute. Funktioniert alles? Reden wir nochmal? Bap, bap, bap. Ja, super, alles klar. Ja, das ist schon krass. Nur nochmal ganz kurz um das zu verfahren. Ich wollte nicht einfach nur, dass Teresa zu GNTM geht, sondern die wusste gerade nicht, was sie studieren soll, wo sie hinziehen soll, war ein bisschen lost und dann dachte ich irgendwie, ja, ist vielleicht eine lustige Idee, da einfach mal zu so einem offenen Casting zu gehen. Man macht halt einfach Vorschläge bei solchen Menschen. Ich hab ihr ja auch gesagt, das war ja noch ganz damals, als ich das erste Mal hier bei uns in der WG war, hab ich ja gesagt, also wenn du Interesse an Marketing und sowas hast und Social Media an sich dir vorstellen könntest, das irgendwie beruflich zu machen, probier doch einfach Dings und Dings aus, da hab ich dir ein paar Tipps gegeben. Einfach, man sagt es einfach so casually, weißt du? Ja, ja, voll. Ich hätte nie gedacht, dass sie dann wirklich jetzt auf einmal so schnell wirklich eine Creatorin wird. Krass, ne? Und eine verdammt gute Musik. Und sie ist eine echt gute, ja. Aber sie macht sich nämlich Mühe, kopiert so gut wie gar nichts. Ja. Beziehungsweise, wenn sie mal was kopiert, dann gibt sie auch da Credits, beziehungsweise ich guck mir dann auch die Credits an und das dann schon auch... Ist auch egal, 90% ihrer Videos sind ihre Gedanken. Ja. Und das ist voll fein. Ja. Und bei Gott lädt die viel hoch, die ist das Gegenteil von dir. Ja, das ist echt krass. Auch von mir ist unfassbar. Ja. Total crazy. Jo. Wie findest du's? Ach nee, ich weiß nicht. Aber dein kleiner Bruder, der könnte, weil der hat so ein besonderes Gesicht, wenn der so erstmal 18 wird und sowas oder ausgewachsen... Achso. Also er kann ein Influencer werden. Ja. Ja, für Influencer ist ja meistens egal. Schon mehr oder weniger, wie man aussieht. Auch wenn alle Leute denken andersrum. Aber wenn du zumindest echten Content machst, ist es fast schon egal, wie du das siehst. Aber wenn du Content kopierst, kannst du wirklich einfach nur gut aussehen. Ja, genau. Wenn du Content kopierst, dann geht's nur darum. Ich schick dir da ein paar Profile, da kannst du einfach danach machen. Ist super einfach. Leute, ey, Frage an euch Zuschauer. Ja, bitte jetzt, aber ehrlich. Für all die Leute, die hier gerade nämlich noch zuhören, so weit in den Podcast reingekommen sind, denkt mal bitte darüber nach und stellt euch diese Fragen dann. Was das in euch auslöst, wenn ihr darüber nachdenkt, dass so viele Leute, Creator, dann halt Influencer online, die ihr alle kennt, richtig berühmt geworden sind, zum Teil weltberühmt, zum Teil Millionäre geworden sind oder halt ein richtig krasses Salary bekommen, mehrere hunderttausend im Jahr. Auf Basis davon, dass sie regelmäßig oder so gut wie nur Trends machen, was halt nicht deren Überlegung ist und oder zweitens explizit Content kopieren von anderen Leuten und dann auch ganz oft hoffen, dass es einfach nicht gesehen wird. Wenn ihr das, wenn euch das wirklich bewusst wird, dass Leute, die einfach vielleicht nur gut aussehen oder nicht mit besonders gut aussehen, richtig erfolgreich geworden sind, etwas, was viele von euch, die ihr gerade zuhört, sich vielleicht sogar wünschen, dass sie so ein Leben hätten oder gerne oder halt haben könnten. Mein Gott. Ja. Da verspreche ich mich hier gerade ein bisschen. Alles gut. Wenn ihr euch das dann vorstellt, dass es solche Leute gibt, die euren Traum zum Teil leben und ihr denkt euch so, nein, ich bin nicht kreativ genug, ich bin nicht lustig genug und wenn euch dann bewusst wird, wie viele Leute halt praktisch mit Diebstahl das bekommen, was ihr euch gerne wünscht, wie geht es euch damit? Und offensichtlich ist es ja kein Dialog hier, aber denkt einfach drüber nach und stellt euch diese Frage und lasst die auf euch einwirken. Ja, es ist echt ein bisschen schlimm, weil Diebstahl überall geahndet wird, außer halt im Internet oder im Rechtsstaatraum. Ja, weil es ist nicht möglich halt. Es passiert zu häufig auch und so. Aber großer Disrespect echt an Influencer, die halt auf den Nacken von anderen Menschen, die tatsächlich kreativ sind und sich Sachen überlegen, Geld machen. Ja. Großer Disrespect auf jeden Fall. Zum Beispiel. Ihr selber seid auch aufmerksam darauf, also guckt da auch mal nach und so. Ihr müsst nicht die TikTok-Polizei werden. Aber ich finde es gut, wenn man darauf auch mal ein bisschen aufmerksam macht. Ja, safe. Ja. Weil ich wurde ja auch einmal richtig geflaggt bei meinem Videospielformat. Da muss ich sagen, ich habe halt das Format gemacht, aber ich habe trotzdem mir ein paar eigene Sachen dazu überlegt. Also die Storyline war nicht die gleiche. Der große Unterschied zwischen Inspiration. Ja, genau. Das ist natürlich trotzdem ein Unterschied. Aber manchmal ist die Grenze so schwammig. Ist schon fair, wenn ich da irgendwie so hinterfragt werde. Ich habe mich da trotzdem gewährt in den Kommentaren, weil das war nicht berechtigt, meine Meinung nach. Jedenfalls. Ach genau, wegen Es ist Sniperwolf. Kennst du ja. Die macht ja 700 Millionen, 500 Millionen Views im Monat auf YouTube mit Longform, indem sie praktisch nicht mal auf die Clips selbst reagiert. Man hat in ihrer Reflexion von der Brille gesehen, dass da ein weißer Screen ist. Sie kriegt wahrscheinlich einfach nur einen Text, den sie dann einfach vorliest, dass es so halbwegs zu den Videos passt. Halt's Maul. Ja, ja. Und die reagiert die ganze Zeit auf TikToks und es gibt sogar einen Creator, vielleicht kennst du den noch, JaxFrax. Ja, den kenne ich. Der hat einfach auf seinem zweiten Account Bingo mit ihr gemacht. Praktisch all ihre potenziellen Reaktionen, eine Bingo-Karte gemacht und einfach prediktet, wie sie reagieren wird. Und ganz oft ist auch Bingo voll geworden und sowas. Okay. Bin ich fast Schlüssigkeit. Also die ist ein absoluter, absolute Diebin und gibt den Leuten nicht mal Credits. Manchmal hat sie sogar einen Abstand von 20 Sekunden auf das gleiche Video reagiert und das nicht mal gecheckt. Also beziehungsweise wurde halt so geschnitten dann auch. Ja, ja, genau. Und alles geklaut und dann diese Leute, die behaupten so, ja, aber das tut ja den Leuten gut, die dann kleine Accounts sind und so. Da haben Leute auch gezeigt, das hat gar keine Korrelation, ob ich bei einem großen Creator das Video sehe, das ich dann noch auf den Account sehe. Das ist super, super selten, dass das passiert. Die Conversion ist da, also die Rate, in der das dann übertragen wird, weniger als 0,1%. Voll krass. Und sie wurde dann nämlich, habe ich letztens mitbekommen, ich kann dir jetzt auch nicht mehr genau sagen, was da passiert wurde, aber auch von offizieller Seite von YouTube dann halt auch gepraised. Die wurde dann nämlich irgendwie erwähnt oder sowas oder die haben einen Tweet darüber gemacht, irgendwas im Sinne von, wie sie auf ihre Ideen kommt und so. Und sie meinte so, sie lässt sich von ihren Zuschauern inspirieren. Die schlagen ihre Ideen praktisch vor. Und dann denke ich mir, das ist krass und ich will jetzt nicht nur auf YouTube, weil YouTube liebe ich natürlich, aber jede Plattform, Instagram, YouTube, TikTok, alle haben Leute, die die offiziell repräsentieren. Also die, die so unterstützen und sagen so, hier, das sind unsere Creator, die ein Aushängeschild für die jeweiligen Plattformen sind. Aber, nicht alle, aber einige von denen sind eigentlich Diebe. Ja, und das sind dann die Leute, die diese Plattform praise und das ist ein bisschen schlimm. Ihr seht, dass Eduard und mir irgendwie ein wichtiges Thema ist und das geht, glaube ich, auch ganz wenig, also natürlich auch um uns so, weil ich mir viel Kopf mache darum, was ich so mache und du auch, aber ich einfach auch und du auch und ich ganz viele so Essay-YouTuber verfolge und kleine YouTuber und kleine TikToker, die so kreativ genial arbeiten und dass die dann dafür nicht belohnt werden und sich andere daran bereichern, ist einfach voll gemein. Weil mittlerweile, ich habe das auch so überdacht, die Aussage, dass man sagt ja auch so, es nimmt hier niemandem was weg, aber wenn du selbst jedem einzelnen Menschen, der halbwegs denken kann, sagen wir ab zehn Jahren, ein Handy in der Hand gibst und Social-Media-Plattformen gibst, sagen wir so eine dystopische Vorstellung, das wollen wir nicht, aber dass jeder dann Content konsumiert, irgendwann ist ja eine Grenze erreicht und jeder hat nur eine gewisse Anzahl von Stunden am Tag, die er dann dafür erübrigen kann, das heißt, du nimmst Leuten theoretisch schon was weg. Und da gibt es so viele Leute, die wirklich es verdient haben, die nicht auch im typischen Sinne, weil ich finde ganz oft dreht sich die Konversation auch ganz weird irgendwie, weil nur weil jemand irgendwie aufwendiges Zeug produziert, heißt es nicht, dass es auch unbedingt gut sein muss. Es gibt ganz viele Creator, die haben super unaufwendiges Zeug, aber die erzählen einfach etwas, etwas von ihrer Wahrheit, sprechen dann einfach in die Kamera und es ist relevant für die Leute, die Leute hören sich das gerne an. Und solange da nichts kopiert ist und sowas und jemand seine eigene Wahrheit spricht, ist ja auch voll fein. Das ist dann, Qualität kann man ja komplett anders interpretieren. Also es gibt ja auch, das ist wie ein Unterschied zwischen Poesiebüchern und einfach Non-Fiction oder Fantasy-Roman oder was auch immer, es gibt einfach Unterschiede dann und das ist ja auch voll fein und ist ja auch gut. Aber, oh, was war mit dem Punkt? Manchmal fragt Fritschi. Ja. Soll ich einen hacken oder willst du? Ja, hack mal einen. Und es gibt vor allen Dingen auch noch, also nochmal dazu, es gibt auch einfach unfassbar geilen Informations- und Infotainment-Content, der so wichtig ist, dass wir auch alle weiter irgendwie informiert bleiben und Sachen lernen und der wird dann irgendwie überspielt von irgendwelchen Lip-Sync-Videos. Ne, und das ist ja auch voll okay, finde ich. Du musst ja nicht immer educated werden. Ne, aber nein, aber es gehört auch dazu trotzdem. Ja, aber es ist auch voll fein, aber sich auch mal dumm unterhalten lassen zu wollen und es ist auch fein, wenn manche Menschen, sobald sie ins Internet gehen, nur damit ihre Zeit verbringen wollen, weil ich bin tendenziell, ich habe halt Phasen, wo ich manchmal nur dummen Content gucken will. Also du guckst schon sehr viel informativen Content. Ja, aber ich gucke ja auch sehr viel so Smash-Tournements oder Alien-Ring-Gameplay und ich habe Phasen, wo ich nur das gucke, auch online. Finde ich fast schon ein bisschen informativ, weil du willst ja daran auch besser werden. Ja, das ist aber eine sehr großzügige Interpretation. Ich finde, du willst immer was Neues lernen, Eduard. Süß von dir. Gerne. Aber das stimmt nicht. Jedenfalls, und es ist auch fein, wenn jemand sich einfach nur von einem hübschen Gesicht gerade kurz beeindrucken lassen will. Weil einfach kurz so, manche Menschen findet man gerade in dem Moment, in dem man sie auf der For You-Page hat oder so, einfach so attraktiv. Es ist scheißegal fast schon, was die Leute da machen. Und das ist auch voll fein, dass wir schöne Menschen appreciaten können. Aber dann, dass manche dann, dass praktisch die offizielle Seite belohnt wird. Also, oder diese Leute dann belohnt, als wären sie Top-Creator, als hätten sie das Game verstanden und sowas, so hochkreativ. Das finde ich erstmal unfair. Und zweitens, ihr vor allem, die ihr gerade zuhört, ihr wisst jetzt besser Bescheid. Ihr solltet euch darin zügeln dann, oder euch daran erinnern, dass ihr gerade einfach nur ein hübsches Gesicht oder sowas. Oder etwas Banales, gerade kurz appreciated, aber nur weil jemand groß ist und erfolgreich, sollte man trotzdem hinterfragen, was dahinter steckt. Und haben die es verdient, dass sie so viel Praise bekommen und so viel Aufmerksamkeit. Und vor allen Dingen, wenn sich so Leute dann irgendwie zu politisch relevanten Themen äußern, dann muss man nicht unbedingt so super doll hinhören, glaube ich. Ja, Influencer auf gar keinen Fall. Generell, hört auch nicht auf uns beide auf gar keinen Fall. Ja, das hilft nicht. Um sozusagen mal noch eine sinnvolle Frage hinterher. Man merkt auf jeden Fall, das ist ein Thema, das mich immer gettet, Alter. Also, da fahre ich dann immer richtig auf und dann denke ich mir auch nur so, ich komme wahrscheinlich gerade rüber wie jemand, der einfach voll verbittert und alt ist und sowas und selber gerade nicht mehr was postet. Jeder hat doch sein Thema, oder? Ja, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, je öfter ich sehe, desto, und je länger ich in dieser Branche bin und sowas, desto mehr frustriert mich sowas einfach. Und dann will ich einfach irgendwie, dass auch ihr davon Bescheid wisst. So. Jetzt wisst ihr es. Paul fragt, hattet ihr zwei schon mal Sex? Wir hatten, ich hatte schon mal Sex, ja. Ich auch, aber ich... Miteinander? Weiß ich die Frage, verstehe ich nicht ganz. Hattet ihr zwei schon mal Sex? Miteinander? Du hast halt ein Wort vergessen, Bro. Das Bro. Also, das Bro. Wir beide tatsächlich miteinander noch keinen Sex. Und ich bin Jungfrau. Noch nicht. Wer weiß was? Country Boy, I love you. Nee. Schlechter Moment. Findest du? Ja, ich habe gerade meine Zunge rausgestreckt. Wen ihr ein Snack wärt, welcher würdet ihr sagen? Spicy Tofu. Voll lecker. Ich habe gestern noch gegessen. Was für ein Scheiß-Snack. Ich finde den so lecker. Kennst du den? Ja, finde ich voll blöd. Meine Freundin sagt, das riecht nach Menschen, die nach Schweiß stinken. Ich finde es ja super eklig. Also mein Lieblings... Das Problem ist, wenn ich eine Tüte Chips frisch ungarisch sehe, dann atme ich die einfach ein. Dann dauert das 17 Sekunden, dann ist die in mir inhaliert. Ich liebe Chips frisch ungarisch. So wie der eine Typ. Kennst du den? Aus England? Was? Der immer Sachen gegessen hat, aber komplett fest geschluckt hat. Und dann einfach runtergeschluckt hat. Ja, ja. Hä? Also ist der Trend, oder nicht der Trend, aber der Typ an dir vorbeigelaufen? Ich glaube, wir haben eine ganz andere For-You-Patch. Ich habe echt schöne Dinge und du hast echt... Ich habe richtig schöne Dinge. Ja. Safe. Könntest du dir auch vorstellen zu modeln? Nö. Okay. Ich finde es richtig schlimm. Ich finde die Vorstellung richtig schlimm. Ich war eine Zeit lang interessiert, als ich noch in der Schulzeit war oder so, oder im Studium, glaube ich. Einfach nur, weil ich mir dachte, womit kann ich mir ein bisschen was dazu verdienen, ohne viel arbeiten zu müssen. Ja, deswegen habe ich mir auch damals so Dokus und sowas angeschaut und Reportagen über das Model-Dasein. Deswegen bin ich auch so fest davon überzeugt, dass es kein Job ist, den man hinterher jagen sollte. Aber nee, finde ich richtig furchtbar. Was wärst du geworden eigentlich, wenn du nicht Influencer geworden wärst? Schwierig zu sagen. Mit meinem so Vivi-Studium, BWL-Studium, gäbe es halt so viele Wege und zu dem Zeitpunkt wusste ich es halt noch nicht genau. Das ist einfach schwer zu predikten, außer du hast schon von Anfang an feste Vorstellungen, was du machen willst. Ich wäre Tischler geworden, glaube ich. Wie kommst du drauf? Ich arbeite gerne mit Holz. Aber glaubst du, du wärst es auch geworden? Ich glaube nämlich nicht. Das glaube ich nicht, was ich geworden wär. Er ist nicht Callboy oder so. Ich bin echt froh, dass ich das mache, was ich mache. Ich wäre echt, glaube ich, richtig scheiße in vielen anderen Dingen. Ich habe echt eine Menge Zeug angefangen, aber Studiums, Ausbildung. Studiums. Genau, deswegen habe ich auch abgebrochen. Aber by the way, das musst du übrigens mal googeln und eventuell das Video löschen, wo du darüber geredet hast mit Greta, dass ihr im Abi gespickt habt. Junge. Das kann aberkannt werden, ne? Ja, aber doch nicht, weil ich in dem Podcast das erzähle, es kann ja genauso gut gelogen oder geschauspielt sein. Kein offizielles Statement. Ich habe natürlich nicht gespickt im Abi. Stimmt. Da gibt es halt eventuell Probleme. Genau. Oh nein, dann habe ich kein Abitur mehr. Was mache ich dann? Ja, ja, safe. Da schaust du, ja. Ja, cool, dann nimm Mäse. Oder fährst du jetzt Teenage-Schuss-Geräusche, oder? Nein. Ach, scheiße. Du warst gestern halt, da war doch laute Musik. Ne, ich glaube, ich höre einfach höhere Frequenzen als du. Ich bin sowas wie Batman. Ne, ich glaube, deine Ohren sind gerade einfach ein bisschen... Vielleicht stand ich ein bisschen nah an den Boxen irgendwie dran. Ja. Ansonsten ist irgendwas Interessantes passiert auf der Party. Ne, ich war Tennisspielen letzte Woche, unter anderem auch mit Eduard. Ah, ne, du hast gar nicht den Tennisschläger in der Hand gehabt, ne? Ne, leider nicht. Obwohl ich die ganze Zeit gesagt habe, ich will auch gleich mal. Ich habe noch nie Tennis gespielt. Und dann auf einmal habt ihr schon aufgehört, Licht war aus und ihr wart bei uns beim Badminton. Ja. Kann ich doch nichts tun, dass das Licht ausgeht. Können gerne nochmal zusammen gehen. Jedenfalls war ich da mit Theresa auch nochmal. Tennis spielen, die ist aber Tennisspielerin. Und es ist schon krass, wenn jemand wirklich einen Sport kann, wie viel... Ja, offensichtlich. Ja, es spielt halt keine Rolle, ob du stärker und ausdauernder bist. Ja, keine Chance. Die haben mich so hin und her gescheucht, von links nach rechts die ganze Zeit. Und wenn man so einen Ball schmettert, weißt du überhaupt, kannst du keine Chance. Ja, ja. Aber Batman macht richtig Spaß, das müssen wir öfter machen. Ja, wir sollten mal eine Halle finden, die nicht eine halbe Stunde entfernt ist. Ja, hier gibt es doch eine. Hat Fabi gesagt. 15 Minuten. Echt? Aber gleich 15 Minuten ist auch schon ein Stückchen irgendwie für Berlin. Normalerweise gibt es immer eine in 100 Meter Laufnähe. Ich finde 15 Minuten ist voll fein. Ich finde 15 Minuten ist okay. Also besser als 40 Minuten. Habt ihr das Gefühl, ihr müsst stark auf euer Äußeres achten, weil ihr in der Öffentlichkeit steht? Ich finde, Eduard ist gerade das perfekte Beispiel dafür, wenn ihr gerade zuguckt. Was machst du da? Meine Frisur ist heute ganz komisch. Genau. Also, nein, müssen wir nicht. Wie findest du meine Frisur heute? Ganz cool. Aber manchmal ist sie noch cooler. Was glaubst du, habe ich heute gemacht, um die Frisur zu richten? Du hast irgendwas mit Wellen gemacht bei dir? Ne, ich bin einfach aufgestanden. Achso. Ich habe ein unfassbares Glück, was meine Haare angeht. Ich stehe einfach jeden Tag auf und sehe so aus. Das ist krass. Bei mir ist es manchmal richtig schlimm. Ich meine, du siehst mich ja jeden Morgen. Bei mir ist es manchmal ganz komisch, wenn ich aufwache. Gerade ist aber deine, du könntest wieder vielleicht ein Stück kürzer, aber es gerade eigentlich mag ich gerne. Ja, ja, überlege ich gerade auch, ob ich wieder zum Frisur machen muss. Willst du zu meinem Frisur eigentlich mal? Ne, ne, du hast einen guten. Ja, ich habe einen guten. Ich bin im Loyal. Bist du guten Hennen? Ja. Einen Frisur muss man ja sehr loyal bleiben, finde ich. Ja, finde ich auch. Das ist so eine Sache, das ist einfach aus Prinzip. Der ist mittlerweile sogar richtig weit weg von mir, aber... Ja, meiner war auch mal richtig weit weg. Jetzt ganz nah dran. Oh, das ist gut. Aber zur Frage, sollen wir die vielleicht mal beantworten? Hast du das Gefühl? Ich weiß nicht. Also, ich achte schon zumindest ein bisschen drauf, bevor ich mich filme für Videos, dass ich nicht zumindest ganz komisch aussehe. Zum Beispiel mag ich meinen Bart nicht. Ich auch gar nicht. Ich rasiere mich dann meistens davor. Ich sehe einfach unfassbar dreckig aus im Gesicht. Ja, genau. Ich finde auch, ich sehe dreckig aus. So, als hätte ich irgendwie drei richtig harte Tage draußen hinter mir. Ach so, fehlt dir auch das Verbindungsstück? Ne, das sieht aber alles aus, als hätte ich so einen Schatten einfach. Ach so. Ganz scheiße. Ja, aber das finden doch viele gut. Ne, aber ich lasse das... Zum Glück aber meine Freundin nicht. Die mag das rasiert. Sehr gut. Das kommt mir sehr gelegen. Ich hatte schon nämlich so Ex-Freundinnen, die versucht haben, mich zu gaslighten, dass mein Bart doch gar nicht so schlecht ist und so. Ich werde mir tatsächlich im April wieder ein Schnurrbart wachsen lassen. Ne. Ne. Ach so, wollt ihr wissen, warum? Weil er sagt, er ist zu erfolgreich mit Mädchen und er muss sich irgendwie nerven. Ja, ich muss mal wieder genervt werden. Und darum mache ich mir Fokuhila und ein Schnurrbart. Aber wobei, ne, dann wirst du bei einer gewissen Subkategorie von Frauen besonders erfolgreich. Besonders erfolgreich. Und vielleicht auch nochmal in der Queer-Szene, also mit so einem Schnurrer. Ach man, ich habe einen Tinnitus, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ich höre gar nichts. Wirklich nicht? Ne. Also ja, ich mache mich auf jeden Fall, ich mache mir schon Gedanken über mein Aussehen dann viel. Aber wie gesagt, ich habe einfach sehr viel Glück, glaube ich. Aber man merkt halt weniger, je länger man drin ist. Ja. Weil du merkst irgendwann, das, was du da produzierst, was du da sagst, wie alles aufgebaut ist, das Bild und so, das ist viel wichtiger. Also deine Ideen sind viel wichtiger, als wie du aussiehst. Das Einzige, was, aber das hat nichts mit der Öffentlichkeit zu tun, ist letztens sind wir Club gefahren, wo wir Technofeiern waren. Da können wir noch kurz drüber reden. Waren wir wieder im Suicide Squad. War das schon letzte Woche? Das war doch vor zwei Wochen, oder? Ah ja, stimmt. Oder? Ne, vor allem, aber letztes Wochenende. Wirklich? Ja. Und da habe ich meine Ringe vergessen. Edu hat mir zum Glück einen geliehen von sich. Aber ohne Ringe in den Club gehen ist für mich Katastrophe. Komplett nackt einfach. Mag ich gar nicht. Ja, eine Zeit lang hat mich das auch echt getriggert, wenn ich ohne Schmuck irgendwie rausgegangen bin. Aber jetzt, wo es noch so ein bisschen kälter war, ich habe halt immer Handschuhe auch dabei. Dann denke ich mir so, ah, okay, dann für den Fall, dass ich ja Handschuhe anziehen muss, dann ist ja okay. Ich habe ja nie Handschuhe angezogen, aber das hilft mir so mental dann. Verstehe. Ich habe eine Zeit lang ja immer meine Fingernägel lackiert, mache ich auch nicht mehr. Da habe ich mich auch manchmal nackt gefühlt. Da habe ich ja Queer-Betting nicht mehr nötig, ne? Läuft ja jetzt auch so. Das muss mir mal einer klären irgendwann, naja. Ja, also insofern, ich leide nicht unter hohem Schönheitsdruck. Naja. Wir beide offensichtlich nicht. Bei uns ist alles super. Nein, und außerdem mache ich ja auf jeden Fall, und Edu hat ja auch ein Content, der sehr fern von Aussehensbasiert ist. Ja, das kommt wahrscheinlich drauf an, was du machst. Ja. Wobei ich mal von einer Bekannten gehört habe, dass sie extra sich auch oft ungeschminkt zeigt und mit Brille und ungewaschenen Haaren und sowas. Einfach nur, damit sie mehr Mädchenanteil bekommt, weil sie halt diese Jungs eben nicht haben möchte. Weil sie so, wenn sie sich schminkt und so ein sehr hübsches Mädchen ist und halt auch sehr viel Aufmerksamkeit von Jungs bekommen hat, einen sehr hohen Jungsanteil hat. Ja. Und um dem extra entgegenzuwirken, hat sie oft, dann hat sie sich nicht besonders auf Hergerichtes gezeigt. Ja, denn ein großer Jungsanteil. Sieht nicht gut aus in den Insights, wenn man sich an Brands verkaufen will und vor allem nicht gut in seinen DMs, weil die sind dann sehr scheppig meistens. Beziehungsweise leer, keine Ahnung. Von Jungs kriege ich nicht so viel Neusten. Ja, wenn du eine Frau bist, Pan. Achso, ja, das stimmt. Hört auf, komische Nachrichten zu schreiben. Aber die checken das nicht. Leider hören die Podcasts auch fast keine Jungs insofern. Echt? Ja, echt viele Frauen. Wie viele? Marco, du kannst gerne mal die Statistik reinpacken, aber ich glaube schon so 80 Prozent oder so. Ja, krass. 20 Prozent ist gut. Also das meine ich mit krass. Achso, ja. Achso, echt? Nein, vielleicht ist es auch etwas schlimmer. Also ich freue mich, egal wer zuhört. Hängt hier so eine Locke die ganze Zeit so komisch? Ich finde es nicht stimmt und ich denke, die Leute finden dich trotzdem sehr sexy. Solange du mich sexy findest, ist alles okay. Spielt das Aussehen für euch eine Rolle in eurem Freundeskreis? Tatsächlich ja. Wir haben nur gut aussehende Freunde. Ähm, ja. Aus Versehen, aber. Wir haben wirklich, ja. Wir haben wirklich, also außer, äh, außer Dylan, aber ansonsten haben wir, ich glaube sogar, Dylan sieht mit am besten aus. Ja, ich finde auch Dylan sieht am besten aus. Der sieht verdammt gut aus. Der hat so marktlose Haut, ey. Ich habe oft drüber nachgedacht, ob sich das irgendwie wirklich zusammenfindet. Ja, vielleicht schon. Andererseits, ich, ja, irgendwie sind alle so auf ihre Art und Weise sehr attraktiv. Vielleicht aber auch einfach nur wegen Relatableness, weißt du? Ja. Also natürlich gerade bei Jungsfreundschaften gibt es oft krasse Unterschiede. Im Durchschnitt zumindest mehr als bei typisch nur reinen Frauenfreundschaften, habe ich das Gefühl. Ähm, aber, äh, vielleicht einfach nur der Fakt, dass, sagen wir mal jetzt, da gibt es irgendwie objektive Kriterien. Und ich glaube, zumindest ein gewisses Bauchgefühl hat jeder Mensch. Mhm. Also, dass es eine gewisse Objektivität dabei ist. Ja. Schon krass, aber, ne? Dann sagt es ja auch aus irgendwie, dass wir sehr ähnliche Erfahrungen halt im Dating haben oder wie wir sozial anerkannt werden und was auch immer. Aber es hat halt, es ist alles, also viele Erfahrungen, äh, in der sich eher wahrscheinlich. Interessante Theorie, ehrlich gesagt. Das kann doch gut sein, dass, ich würde sagen, das liegt eher daran, nicht, dass Leute bewusst darüber nachdenken, ob sie denen oder jenen. Meinst du, es ist sehr viel Kindheit? Meinst du auch so, dass wir ein ähnliche, unsere Eltern alle so ein bisschen eine ähnliche, wie ist denn das bei uns? Was, unsere Eltern? Ob zum Beispiel auch alle unsere Eltern getrennt sind aus unserer Freundesgruppe und so, das finde ich auch interessant. Ach so. Sozusagen so eine Faktoren und wir sind alle... Der letzte Eltern sind nicht getrennt zum Beispiel. Okay, sind wir alle einzeln, ähm, also keine Einzelkinder? Jonas ist kein Einzelkinder. Kommt drauf an, wie du meinst. Jonas ist nicht. Jonas, Jonas nicht. Äh, Dylan auch nicht. Alpay weiß ich gar nicht. Alpay weiß ich gerade auch nicht. Komisch. Komisch. Ich freue mich, Alpay wiederzusehen jetzt endlich mal. Wir machen nämlich nächsten Wochenende, nächstes Wochenende einen Herrenabendtrip. Wir wissen alle noch nicht genau, wo es hingeht. Jonas Amst hat die Planung. In der Hand. Aber kommt er mit? Alpay? Al... Ja, zugesagt auf jeden Fall. Ja? Okay. Willst du mitkommen nach den Riffen? Nein. Okay, schade. Finde ich gut, dass ich nicht mal mehr was sagen muss. Meinst du, dass du irgendwann doch nochmal mitkommen wirst mit mir irgendwo hin? Auf so einen Drehtrip? Ins Ausland. Ins Ausland, hä? Klar, wir waren doch letztes Jahr ein paar Mal im Ausland. Einmal waren wir in Portugal. Nein. Ja, Portugal. Dann Schweiz. Zweimal sogar Schweiz. Schweiz. Das ist doch Ausland, hä? Ja, nicht so richtig, doch Ausland. Was spricht dir zum Beispiel? Ja, Bali irgendwann zum Beispiel. Nein, da kommst du nicht mit. Nein, weißt du, wo ich unbedingt hin will? Das ist ein Bucketlisting. Das ist sogar so ein Bucketlisting, dass ich überlege, ein paar Monate da irgendwann mal zu leben. Japan. Ich werde, ich biete die Japan irgendwann an, dann sagst du irgendwas, dass du dich nicht noch auf Content vorbereiten musst. Nein, schwierig. Wenn, wenn, wenn es... Hör mal auf, bitte damit. Das nervt, dann kannst du keinen Podcast aufnehmen, wenn du so bist. Wenn du mir irgendwas anbietest, wo auf einmal irgendeine Gelegenheit da mit verbunden ist, dass wir da sowas wie einen Guide immer bei uns haben oder mit irgendeiner Brand oder was auch immer, dann hundertprozentig bin sofort dabei. Ich will unbedingt mal mit einem Bullet Train fahren. Ich will diese tollen Bäume sehen, wenn die blühen, diese Kirschblütenbäume in Japan. Die Berge. Ja, und Fuji. Das ist bis jetzt alles in meinem Kopf. Aber ich habe da so viel... Teneriffa, willst du nicht mitkommen, warum? Einfach nicht deinen Vibe. Weil ich Content machen muss, ey. Kannst du da Content machen? Nee. Du bist ja zum Beispiel nach Bali nicht mitgekommen, weil du Content machen musstest, ne? Vorbereiten, ja. Hast du? Klar, ich bin immer noch dabei. Okay, ist auch egal. Du machst dein Ding. Ich fand es halt schön, mit dir Urlaub zu machen so. Ich fand das nett. Und jetzt machen wir es halt nicht mehr, weil du nicht mehr vor die Tür gehst. Ich muss ja die ganze Zeit für Klausuren lernen. Junge. Egal, eines Tages. So ein Gefühl ist das halt. Eines Tages. Dass du die ganze Zeit für Klausuren lernen musst. Ja. Und ich tue es nicht. Ich hätte ein bisschen Lust, dass wir ganz kurz einmal auf... Ich habe ein paar GNTM-TikToks. Mich interessieren die nicht, aber wir reagieren da jetzt mal kurz drauf. Kleines Reaction-Format. Okay. Okay, ich habe keinen Bock drauf. Ich bin Eduard. Das war, glaube ich, die beste Eduard-Impression, die ich je gemacht habe. Ich weiß, es ist jetzt lustig, dass ich es jetzt sage. Aber du hast in deiner Bewerbung gesagt, du kannst vieren wie ein Pferd. Ich kann ein Pferd super authentisch nachmachen. Wollen wir hören. Okay. Ja. What the fuck? Genau so in der Art... Ja. Das hört sich aber an, als wenn dein Pferd auf einmal gerade geschlachtet wird. Ach so, da frage ich mich, woher er diesen Soundbite hat. Ja. Da steckt sehr viel Trauma dahinter. Ja, wahrscheinlich. Naja, also ja, ich glaube, er sagt auch noch, dass er früher auf dem Reiterhof und so, dass er Pferde hat und so. Aber trotzdem muss hier die Situation kommen, wo du das das erstmal ausprobierst. Und die würde ich auch gerne einmal sehen. Was ich noch komischer finde, ist, dass man das angibt. Weil du willst ja praktisch dazu aufgefordert werden, dass du das mal eben machst. Aber hat sich sehr authentisch angehört. Und dann schämt er sich auch noch so. Ja, ist ein bisschen, na ne, oder? So, komm, Bro, du wolltest es. Aber er hat es immerhin direkt gemacht. Er hat nicht noch irgendwie drumherum getanzt. Genau, das stimmt. Das fand ich wirklich cool. Teresa bei G&TM. Ich bin gespannt, wie sie entscheidet und nach was für Kriterien. Also, was vom Typ her, ne? Aber man hat ja auch nur so wenig Zeit. Sie wollte zweimal fragen. Nicht hinfallen. Nicht hinfallen. Also, kommt man weiter? Das war es schon. Aber war sie dann beim Casting und ist dann nicht weitergekommen? Jo. Was haben die ihr gesagt? Hat sie das gesagt? Nee, ich glaube, also ich weiß halt, dass, ich glaube, dieses offene Casting da in Berlin, da ist, glaube ich, gar keiner weitergekommen. Das war nur einfach zum Drehen. Also, es war wohl dann einfach nur so ein kleiner PR-Stunt. Was ein bisschen artig ist, wenn ihr da Leute hinholt, die da sich bewerben. Die haben dann einfach Statisten-Budgets bezahlt. Sich gespart, meine ich. Todesschlau, Alter. Alter, richtig gut. So ausgefuchst musst du erst mal sein. So musst du es mit deinen Mitarbeitern machen. Mal überlegen, wie ich es da einfädelt. Ja, wo ist der Laufstück? Der ist so groß heute. Aber man kann ihn auch leicht übersehen. I get it. Versuchen wir es nochmal. Hallo. Hast du es ja doch noch gefunden, hier oben rauf. Na du? Danke, dass du hier bist. Hallo. Hallo. Hä? Ist er auch vorbeigelaufen? Ja. Aber ja. Ich weiß nicht, ich finde es nicht schlimm. Ich war ein bisschen nervös. Genau, wenn du ein bisschen nervös bist und sowas. Voll. Heidi Klum auf einmal vor dir steht und du bist übel der Fan von ihr und so. Da kann man schon mal verwirrt sein. Wie würdest du denn reagieren, wenn Heidi Klum vor dir steht? Jo, was geht? So wie ich immer reagiere. Also das heißt, ich würde sie gar nicht erst sehen, weil ich immer im Bett bin. Heidi, komm bitte raus. Also wenn ich mich in drei Worten beschreiben müsste, dann wäre es vermutlich einmal crazy. Boah, das finde ich wirklich crazy. Ich glaube schon, dass ich manchmal so einen kleinen Schaden habe, aber nur ein kleines ist okay. Okay, don't get it. Boah, das ist cool, aber. Ich würde mich aber auch als sehr authentisch bezeichnen und auch als sehr ehrlich. Aber crazy, ehrlich, authentisch finde ich eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Ja, wir kennen sie ja auch nicht. Kann ja auch sein, dass das alles stimmt. Wirklich crazy, authentisch und ehrlich ist. Und so un-crazy waren dir Clips jetzt auch nicht. Nee, also ein Eisbad-Dings würde ich nicht machen. Krass. Würdest du nicht? Nein, würde ich nicht. Lass doch mal alles zusammen machen. Nein, auf keinen Fall. Wirklich nicht. Null Benefit davon. Doch, klar, man hat voll viele gesundheitliche Benefits. Ja, man hat richtig viele Benefits davon. Man hat von vielen Sachen Benefits, die du auch nicht machst. Aber für die Experience, man fühlt sich dann auch voll geil. Ich war schon mit Y. Nils Eisbaden als komische Scheiß-Challenge und ich fand es damals scheiße und werde es heute auch scheiße finden. Ich habe nichts von Eisbaden. Mir geht es währenddessen scheiße und danach auch scheiße. Aber danach, wenn du wieder warm bist, dann so, du hast viel mehr Dopamin. Dann bin ich so, oh Mann, mir war gerade richtig kalt, jetzt ist mir wieder warm. Cool. Ja, genau so. Wieso? Warum? Und dass du stolz auf dich bist, dass du es durchgezogen hast. Aber ich bin auch... Aber ich nehme... Wie wir sehen, bist du nicht crazy, authentisch ehrlich? Nur authentisch. Ehrlich kann ich mir auf jeden Fall nicht einschenken, den Punkt. Den kannst du dir auf jeden Fall. Crazy bist du auf jeden Fall. Crazy bin ich auf jeden Fall. Diagnostiziert. Ich habe mir im Sommer die Hand gebrochen und es ist wesentlich schlimmer geworden. Ich werde mich jetzt dann doch nochmal operieren lassen. Falls ihr zufällig Handschirurg seid oder euer Vater oder Onkel oder Bruder, schreibt mir gerne mal eine DM. Ich habe euch ein echtes Problem. Ich wache oft auf, meine Hand ist einfach taub. Alter. Aber dann schüttel ich und dann geht es wieder. Deine ganze Hand oder nur die Finger? Nee, so ein bisschen hier, so der Mittelbereich irgendwie. Ja, das ist nicht gut, weil es ist normal, dass man im Schlaf oft mal eine taube Hand hat. Aber dann halt die ganze Hand. Okay, meine Lieben, es ist dunkel geworden. Ja. Wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen. Was machst du heute noch? Nochmal zu Dussmann oder eher zu Hause bei Anime? Dussmann! Gehst du wirklich nochmal, Dussmann? Mal gucken. Hast du mal Ausschau gehalten, ob die da Coffee-Table-Books haben? Nee. Kannst du das mal machen, nächstes Mal? Muss ja keins mitbringen. Kann ich mal machen, ja. Dussmann wird das schon haben. Die haben alles. Aber ich weiß ja nicht, was du cool findest. Du hast ja so... Nee, nee, du nur mal gucken, ob sie Coffee-Table-Books haben. Okay. Ich schaue mal. So große, weißt du, was das ist, ne? Ich schaue mal. Gebt dir eine Folge bitte fünf Sterne, wenn ihr Lust habt und die lustig fandet. Schreibt uns, wenn ihr die Folge super scheiße fandet. Ähm. Ja. Schreibt uns, wenn ihr sie gut fandet, schreibt uns, wenn ihr sie scheiße fandet und schreibt uns, wenn ihr auch Content-Diebe nicht mögt. Und wenn ihr Handchirurgen seid. Genau. Und wenn ihr GNTM mögt und wenn ihr GNTM hasst, dann schreibt uns in die Kommentare. Und gebt der Folge fünf Sterne. Oder kommentiert einmal in unsere DMs rein. Fünf Sterne. Für diesen Podcast. Also das als DM. Fünf Sterne. Ob da jemand dran geblieben ist. Leute, ey, ich, ähm, mich hat's gefreut. Achso. Ich wollte winken. Achso. High five, bro. High five, bro.